So mein Schatz, heute ist dein erster Schultag. Also das sind deine Brotdosen, das ist die Obstbox, okay? Da sind verschiedene Obstsorten dran, ja? Das hier, hier ist dein Käsebrot drin, der gute Gouda, ja? Ich hab den gerade auch abgeschnitten. Ein paar Karottensticks, ein bisschen Gurke und ein bisschen Paprika. Und eine kleine Überraschung. So, Reiswaffeln, Mandarine. Mandarine, kannst du dir ja selber pulen. Nein? Apfel. Apfel, einfach reinbeißen, schaffst du, ja? Super. Äh, Karottensticks gibt's nicht mehr, so, ne, schmeiß ich eh immer nur weg, hab ich keine Lust mehr drauf. Äh, wo ist deine Brotdose? Weißt du nicht. Geht auch so, einfach so. Okay, pass auf. Du hast deinen Knoppers, du hast deine Erdnussbutter. Du nimmst den Knoppers, tunkst ihn in die Erdnussbutter und isst ihn. Boom. Hä? Ich weiß, es ist ein Gefrierbeutel, aber deine Brotdosen sind alle irgendwo in der Schule. So. Äh, Käse. Käse. Hm. Und, oh, Salzstank. Super. Ist einfach, was du willst, okay? Aber Hauptsache du bringst deinen Schulranzen wieder mit. Jah? Du kannst du officer charmer.